Hallo, ich bin Melina und ich habe einem Mann das Leben gerettet. Am Ende war es total einfach. Ich habe einen Pieks bekommen und wurde dann Stammzellenspenderin von einem Mann, der jetzt kerngesund und munter ist. Das Einzige, was zählt, ist die Gesundheit. Deswegen würde ich es auch jederzeit wieder tun.